Hi, freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um die Frage, wie man einen Punkt an einer Geraden spiegeln kann. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Also, du hast die Aufgabe, dass du eine Gerade G gegeben hast und einen Punkt A und dieser Punkt A soll jetzt an der Geraden gespiegelt werden. Das heißt also, wenn das Ganze auf einem Blatt bedruckt wäre, dann würdest du dieses Blatt sozusagen an der Geraden G falten und der Punkt, auf dem dein Punkt A jetzt beim Falten landen würde, das wäre genau der Bildpunkt A'. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir auf die Koordinaten von diesem Punkt A', ausgehend vom Punkt A und der Geraden G. Dazu können wir uns Folgendes vorstellen. Also, wir verbinden jetzt mal A und A', sozusagen in Gedanken. Dabei entsteht dann eben hier ein Schnittpunkt zwischen Gerade und eben dieser Strecke. Das ist der Punkt L. Das ist der Lotfußpunkt. Das heißt also, wenn man ein Lot durch den Punkt A auf die Gerade G fällt, das heißt, man stellt eine Gerade her, die den Punkt A enthält und senkrecht auf G steht, dann entsteht dieser Lotfußpunkt eben als Schnittpunkt davon. Das Besondere ist jetzt nämlich, wenn wir diesen Lotfußpunkt kennen und den können wir eben ermitteln, wenn wir nur den Punkt A kennen und die Gerade G. Wenn wir den kennen, dann können wir jetzt ausgehend vom Punkt A einfach zweimal den Verbindungsvektor AL an den Punkt A ansetzen und landen dann genau bei A'. Das Besondere von A' ist ja nämlich, dass der Abstand von A zu L genau derselbe ist wie von L zu A'. Okay, in Vektorschreibweise bedeutet das, ich erhalte den Ortsvektor von A', indem ich den Ortsvektor von A nehme und da zweimal den Verbindungsvektor AL dran agiere. AL, den Verbindungsvektor erhalte ich, indem ich Ortsvektor von L minus Ortsvektor von A rechne. Das Ganze kann ich noch ausmultiplizieren und vereinfachen. Insgesamt habe ich dann also den Term zweimal Ortsvektor von L minus Ortsvektor von A. Das Schwierigste bei dieser Aufgabe ist es eigentlich, dass du eben diesen Lotfußpunkt L ermitteln sollst. Falls du dir nicht mehr sicher sein solltest, wie man sowas generell macht, dann schau dir vielleicht am besten mein Video dazu an, wie man den Schnittpunkt von zwei Geraden berechnen kann. Denn eigentlich ist ja das nichts andere, also die Gerade G und diese Gerade hier schneiden sich ja im Punkt L. Genau, also wir haben hier das Beispiel, wir haben den Punkt A mit den Koordinaten 1, 4 und minus 2 und diese Gerade G gegeben. Die Aufgabe ist es jetzt, den Punkt A an der Geraden zu spiegeln. Dazu bestimmen wir den Lotfußpunkt L. Das kann man jetzt über eine Hilfsebene machen. Das heißt, man stellt sich vor, wir bauen hier eine Ebene ein, die enthält den Punkt A und steht senkrecht zur Geraden G. Das heißt, sie sieht in etwa so aus. Sie enthält den Punkt A, bedeutet, dass man, wenn man die normalen Formen der Gleichung aufstellt, dass man hier als Stützvektor eben den Ortsvektor von Punkt A benutzen kann, dass sie orthogonal zu geraden G liegt, kann man dadurch gewährleisten, indem man den Richtungsvektor von G als normalen Vektor der Ebene eben verwendet. Das heißt also, der Richtungsvektor von G steht genau orthogonal auf der Ebene drauf. Und das Besondere ist jetzt eben, dass der Schnittpunkt von Ebene E und der Geraden eben genau der Punkt L ist. Das heißt also, mithilfe von dieser Hilfsebene, die würdest du jetzt am besten erstmal noch in Koordinatenform umformen, indem du das hier ausmultiplizierst jeweils. Dann kannst du den allgemeinen Geradenpunkt da einsetzen. Das heißt, du setzt die Ebenengleichung und die Geradengleichung gleich und als Schnittpunkt erhältst du dann genau diesen Lotfußpunkt L. So, der hat die Koordinaten 3, 0 und 4 und jetzt können wir eben den Ortsvektor von A' erhalten, indem wir zweimal den Ortsvektor von L nehmen und davon einmal den Ortsvektor von A abziehen. Das heißt, wir nehmen zweimal den Vektor 3, 0, 4 minus den Ortsvektor von A, also den Vektor 1, 4 und minus 2. Erstmal multiplizieren wir diesen Vektor mit 2. Das ergibt den Vektor mit den Einträgen 6, 0 und 8. Davon der hier abgezogen. Ergibt dann den Vektor 6 minus 1, also der erste Eintrag ist 5, 0 minus 4 sind minus 4 und 8 minus minus 2 sind 8 plus 2, also 10. Das heißt, das hier ist der Ortsvektor von A' und insgesamt hat A' eben dann also diese Koordinaten. Genau, das war es dazu, wie man einen Punkt an einer Geraden spiegelt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dass du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann! Bis dann! Bis dann!